Heute schauen wir uns die Normallandung an. Anflugwinkel ca. 10 bis 12 Grad. Dabei wird der Hubschrauber kontinuierlich langsamer und sinkt kontinuierlich, bis er schließlich über dem Landefeld in den Schwebeflug gebracht wird. Aus dem Cockpit. 3 bis 400 Fuß über Grund, 60 bis 80 Knoten Fahrt. Wir nehmen die Leistung zurück und heben die Nase an, na vielleicht 1 oder 2 Grad. Ab jetzt versuchen wir das Landefeld immer an der gleichen Stelle im Sichtfeld zu halten, auf der Ecke unseres Panels. Mit dem Stick kontrollieren wir Querlage und Fahrt, mit dem Kollektiv die Höhe, mit den Pedalen die Richtung. Das Landefeld muss immer am gleichen Platz im Sichtfeld bleiben. Bei unter 40 Knoten schon mal drauf gefasst sein, dass wir bald Leistung zuführen müssen. Nun langsam das Landefeld nach unten hin wegrutschen lassen und Leistung steigern. Mit dem Stick die Fahrt bei über 20 Knoten halten. Wir rutschen aus dem Übergangsauftrieb und brauchen massiv Leistung und Nase hoch, um in den Schwebeflug abzubremsen. Da muss man viel rumrudern, damit der Hubi stabilisiert wird. Nun können wir vorsichtig absetzen und sind sauber gelandet.